Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Spartipps ihr habt. Das heißt, dieses Video sind rein nur eure Spartipps zusammengefasst. Ich habe das Ganze, weil das ja natürlich bei Instagram in der Story kreuz und quer angezeigt wird, noch mal ein bisschen sortiert und ein bisschen Struktur reingebracht. Natürlich überschneidet sich das ein oder andere, aber ich denke, so wird es ein bisschen strukturierter. Zumindest ist das, ja, zumindest hoffe ich das. Also ich habe das Ganze in Allgemeinen unterteilt, also sprich allgemeine Spartipps, dann Spartipps betreffend für die Wohnung und für Einkaufen bzw. für To-Go, Essen auswärts etc. Das ist nicht komplett überschneidungsfrei. Das heißt, die eine Kategorie beinhaltet auch durchaus Sachen von der anderen Kategorie. Das ließ sich nicht zu 100% trennen. Aber ich denke oder ich hoffe, ihr seht es mir nach. Was die allgemeinen Spartipps angeht, habt ihr unter anderem genannt, dass nur am Wochenende bestellt wird. Und wenn am Wochenende Essen bestellt wird, dass dann auch durchaus noch mal drüber nachgedacht wird, ob das jetzt so sinnvoll ist und ob es wirklich notwendig ist. Also meine persönliche Erfahrung mit Essen bestellen oder generell Essen auswärts etc. ist so, mir persönlich fällt es schwer, das jetzt nur aufs Wochenende zu begrenzen, weil am Wochenende ist tendenziell eher die Zeit, wo man mehr Zeit hat, als beispielsweise unter der Woche, wenn man jetzt wirklich, weiß ich nicht, Donnerstag von morgens bis abends unterwegs ist. Ob man sich dann abends noch in die Küche stellt und kocht, fraglich. Das heißt, man könnte eventuell sagen, okay, ein bis maximal zwei Tage in der kompletten Woche, also von Montag bis Sonntag darf bestellt werden oder kann bestellt werden oder man isst irgendwie auswärts etc. dass man das so festlegt und dass man dann die Tage so timet bzw. legt, wie es am besten passt. Das heißt, wenn man irgendwie donnerstags einen langen Arbeitstag hat, könnte man dann sagen, okay, donnerstags ist auf jeden Fall ein, ich esse auswärts Tag und oder ich bestelle Essentag. Und dann, wenn man sich, weiß nicht, am Sonntag noch was gönnen möchte oder sowas, dann legt man das mal auf den Sonntag. Grundsätzlich finde ich das einen sehr, sehr guten Tipp, vor allem für Leute oder generell Wohngemeinschaften, kann ja auch sein, die dazu neigen, sehr viel zu bestellen. Denn ich merke auch immer wieder, dass wenn ich mal bestelle, so ein, zweimal im Monat, da geht richtig Geld bei drauf. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr sinnvollen Tipp tatsächlich. Dann ein weiterer Tipp von euch, Pfandflaschen einzusammeln, wenn man sie sieht. Das mache ich sowieso schon seit Jahren. Immer, wenn ich irgendwie wandern gehe oder auf einem Parkplatz parke und ich da Pfandflaschen sehe, dann nehme ich die sowieso schon immer mit. Da ist mit Sicherheit schon der ein oder andere Euro zusammengekommen. Was ich stehen lasse, sind Pfandflaschen bei Mülleimern in der Stadt. Weil das sind meistens Flaschen, die sind extra trapiert, sage ich jetzt mal. Die sind extra so hingestellt, dass sich die Obdachlose eben schnell wegnehmen können. Und die lasse ich tatsächlich stehen. Aber wenn ich die irgendwie so lieblos weggeworfen finde, dann nehme ich die mit. Also da kenne ich nichts. Macht ihr das tatsächlich auch schon oder sagt ihr, oh nee, das, nee, traue ich mich nicht oder so. Weil ich hatte tatsächlich am Anfang auch ein bisschen Hemmungen, so nach dem Motto, weil sie sammelt Pfandflaschen. Aber mittlerweile ist mir das tatsächlich auch egal, was andere darüber denken. Ein weiterer Tipp von euch war, Tuben aufzuschneiden, beispielsweise von Zahnpasta oder sowas. Denn da sind noch, oder da ist noch sehr, sehr viel Produkt tatsächlich in der Tube, was man so gar nicht rausdrücken kann. Man kann dann die Tube aufschneiden und keine Sorge, dass euch das irgendwie eintrocknet oder so. Man kann die Tube dann ineinander stecken. Das heißt, wenn ihr das Produkt, also nachdem ihr das aufgeschnitten habt, nicht komplett verbraucht bei dem einen Mal, dann steckt ihr die Tube einfach wieder zusammen und dann drücknet das auch nicht aus. Ist auf jeden Fall ebenfalls ein super Tipp, der sich jetzt natürlich auch nicht sofort immens im Budget niederschlägt, sondern das ist eher was, was längerfristig Geld spart, sollte man dazu sagen. Ein weiterer, eher allgemeinerer Tipp ist, kam von euch, nicht von mir, ist tatsächlich Budgetführen. Das heißt natürlich, nicht nur die Einnahmen zu tracken, sondern besonders auch die Ausgaben. Ich kenne das mittlerweile, oder ich habe es jetzt auch dieses Semester wieder gemerkt, dass wenn ich bei der Uni bin oder generell, dass ich irgendwie viel unterwegs bin, dass ich dazu geneigt bin, vor allem wenn ich wenig Zeit habe, dass ich dazu geneigt bin, irgendwie mir beim Bäcker was zu essen zu holen. Und das geht durchaus richtig ins Geld. Also ich habe für ein, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt ja so diese ein Viertel Fladenbrot mit Thunfisch und Salat und was da alles drauf ist, gibt es glaube ich auch mit Käse und Schinken oder sowas, aber da kenne ich jetzt die Preise nicht. Dieses Thunfisch Fladenbrot hat, glaube ich mal, keine Ahnung, 4,50 oder so gekostet und das war schon teuer. Mittlerweile ist es schon bei 5,20 Euro und wir sprechen hier dann nur von einem Fladenbrot. Das heißt, ihr kommt dann mit einem halben Tag weit oder so, je nachdem wie viel Hunger ihr habt oder wie viel Appetit ihr habt. Dann holt man sich irgendwie noch ein zweites Teilchen, dann hat man irgendwie vergessen von zu Hause einen Kaffee mitzunehmen, dann holt man sich noch einen Kaffee to go, dann holt man sich noch eine Cola und so weiter und so weiter und ruckzuck sind irgendwie am Tag 15 Euro weg oder noch mehr. Das geht richtig schnell. Das heißt, wenn ihr das Ganze auflistet, seht ihr am besten auch, wo eure Schwachstellen sind und wo ihr auf jeden Fall auch noch Einsparpotenzial habt. Ich für meinen Teil habe mir meine Getränke bei der Uni verboten, kann man das so? Ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Denn Essen ist da sehr günstig. Das liegt ja unter anderem auch daran, dass das stark bezuschusst ist. Das heißt, für ein Mittagessen mit Salat und Nachtisch etc. bezahle ich 2,60 Euro. Dafür kann ich nicht selber kochen. Der Nachschlag kostet 40 Cent, wenn ich irgendwie nicht satt geworden bin. Und wie gesagt, dafür kann ich nicht selber kochen, wenn man jetzt auch noch die Energiekosten für Backofen und Co. da drauf rechnet. Das heißt, essen werde ich auf jeden Fall weiterhin an der Uni, wenn ich sowieso da bin. Aber jetzt jeden Tag beim Mittagessen noch eine Cola oder eine Apfelschorle oder was auch immer für 1,20 oder 1,10. Das muss nicht sein. Ich werde mir jetzt neben dem Kaffee, den ich seit diesem Semester regelmäßig mitnehme, was mir auch schon sehr viel Geld gespart hat, werde ich jetzt auch wieder vermehrt darauf achten, dass ich mir einfach Wasser mitnehme. Ist nicht nur gesünder, sondern spart auch richtig viel Geld. Das nochmal tatsächlich als mein persönlicher Tipp. Aber habe ich auch besser wahrgenommen, dadurch, dass ich das einfach aufgeschrieben habe. Also gerade so, wenn ich dann sehe, ich habe für 10 Euro die Karte aufgeladen. Ich gehe davon aus, dass die 10 Euro für die ganze Woche reichen und es reicht da doch nicht. Ja, einfach auflisten und dann natürlich dranbleiben. Ist klar. Also nur vom Auflisten habt ihr noch kein Geld gespart, sondern ihr könnt dadurch lediglich die Kostenfresser identifizieren. Ein weiterer Tipp von euch war, unterstütze ich, unterstütze ich, war, wer arbeiten kann, kann auch kein Geld ausgeben. Ja, ist mir tatsächlich auch so gegangen bei der Bachelorarbeit. Wer von morgens bis abends dick zu tun hat, kommt auch nicht auf die Idee, noch irgendwie mal schnell bei Amazon zu shoppen und oder durch die Stadt zu bummeln und weiß der Geier noch was alles zu kaufen. Nachteil bzw. gefährlich an der Situation ist, wenn man mal eben 5 Minuten Zeit hat, dass dann eventuell so dieses, ah ja, ich habe jetzt so hart gearbeitet, ich belohne mich jetzt erstmal, dieses Gefühl einsetzt oder diese Einstellung einsetzt und dann kann es auch schon mal schnell teuer werden. Aber grundsätzlich auf jeden Fall ein sehr wahrer Tipp, zumindest das, was ich bisher erlebt habe. Ein weiterer eher allgemeinerer Tipp, zumindest habe ich den so eingruppiert, ist, das Fitnessstudio durch Videos zu Hause zu ersetzen. Habe ich versucht, hat bei mir nicht funktioniert. Also ich bin da überhaupt kein Tipp für. Ich kann zu Hause, selbst wenn ich ins Schwitzen komme, ich kann am nächsten Tag Muskelkater haben. Es fühlt sich für mich nicht wie Sport an. Ich kann draußen joggen gehen, das ist okay, aber nur rein mit, also Sport mit Videos machen, ist tatsächlich nicht meins. Und ich habe dieses Jahr, das habe ich vorher nie gemacht, obwohl ich ja wirklich jahrelang im Fitnessstudio angemeldet gewesen bin, ich habe erst dieses Jahr angefangen im Fitnessstudio zu duschen. Das heißt, dadurch, dass man ja sowieso Sport hat und dann noch die Dusche nutzt, könnte man eventuell den Mitgliedschaftsbeitrag durch das Duschen oder das gesparte Geld, das man woanders duscht, eventuell wieder reinholen. Die Rechnung habe ich jetzt noch nicht aufgesetzt. Also ich gehe in der Woche zwischen ein- bis dreimal ins Fitnessstudio. Das heißt, wenn ich dann entsprechend jedes Mal nach dem Fitnessstudio dann auch direkt da duschen gehe, habe ich ein sehr hohes Einsparpotenzial, was da Wasser und Co. angeht. Zumal ich ja auch Durchlauferhitzer habe in meiner Wohnung, kein Gas, um das Wasser zu erhitzen, aber Durchlauferhitzer. Und auch Strom ist ja jetzt nicht gerade günstig. Im Moment, glaube ich, günstiger als Gas, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich sehr gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, Strom ist aktuell tatsächlich günstiger als Gas. Aber trotzdem kein billiges Vergnügen. Und deswegen wird es auf jeden Fall sehr viel Geld sparen. Zumindest hoffe ich das. Dann habe ich noch die Kategorie Wohnung. Das heißt, Spartipps, alles rund um die Wohnung. Wenn möglich, selbst anbauen. Das war tatsächlich ein Tipp von euch. Sehe ich persönlich ein bisschen kritisch. Also mit anbauen ist Obst, Gemüse etc. gemeint. Sehe ich persönlich ein bisschen kritisch, weil man braucht Platz dafür, dass man irgendwie Tomatenpflanzen etc. setzen kann. Und gerade auch, wo ich gerade schon Tomate sage, das frisst sehr viel Wasser. Das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob je nachdem, was man anpflanzt. Also vielleicht ist Kürbis ein bisschen oder Zucchini oder sowas ein bisschen pflegeleichter. Aber je nachdem, was man für Gemüse anpflanzt und oder Obst, kann ich mir gut vorstellen, dass die Nebenkosten das Ganze vielleicht ein bisschen, das weiß ich jetzt nicht. Also gerade auch in der Mietwohnung, wenn man das Ganze irgendwie auf den Balkon zieht oder sowas. Wenn man ein eigenes Grundstück hat, man kann eine Regentonne aufstellen. Das kann das Ganze ein bisschen dämpfen. Aber grundsätzlich sehe ich den Tipp eher ein bisschen kritisch. Aber auch hier, falls ihr da anderer Meinung seid oder sowas, dann schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen oder jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ein weiterer Tipp war tatsächlich die Wärmflasche statt die Heizung im Schlafzimmer. Das heißt, wenn man abends ins Bett geht, nimmt man sich eben eine Wärmflasche mit und legt sich die ins Bett, dann hat man es schön warm. Grundsätzlich sehr gute Idee, vor allem für die Füße bei den Frauen. Die sind ja grundsätzlich immer kalt. Das heißt, man macht sich dann eben abends eine Wärmflasche. Das Wasser der Wärmflasche kann man ja auch mehrmals verwenden. Und dann legt man sich oder dann wärmt man sich damit tatsächlich das Bett. Bei mir ist eher, also nicht unbedingt abends das Problem, dass ich abends friere, sondern morgens, wenn ich gerade aufstehe. Und dafür müsste ich ja dann erstmal in die Küche und mir noch eine Wärmflasche machen. Ja, aber für abends, wie gesagt, auf jeden Fall super Tipp. Wenn möglich zum Beispiel auf der Arbeit duschen. Gut, das habe ich ja schon ein bisschen in dem Fitnessstudio jetzt vorhin eingebaut, aus meiner eigenen Erfahrung, beziehungsweise bei dem Tipp mit dem Fitnessstudio. Kommt aber aufs Gleiche raus. Das heißt, ihr seid gar nicht im Fitnessstudio, sondern ihr habt die Möglichkeit, auf der Arbeit zu duschen. Ich kenne das ja auch bei mir aus dem Altenheim. Ich hätte da durchaus, wenn ich jetzt noch in der Pflege arbeiten würde, hätte ich jetzt auch die Möglichkeit, auf der Arbeit zu duschen. Und ja, dann würde ich das auf jeden Fall auch wahrnehmen. Kommt ja beim Fitnessstudio auf das Gleiche raus. Nur habe ich keinen Beitrag dafür. Also wer dann kein Fitnessstudio hat, aber auf der Arbeit duschen kann, dann würde ich auf jeden Fall auf der Arbeit duschen. Und wer sowieso einen Fitnessstudio-Vertrag hat, kann sich dann eventuell sogar aussuchen, wo er duscht. Ein weiterer Tipp von euch ist gewesen, gezielt heizen und nachts den Rollladen runter machen. Ja, auf jeden Fall. Also die Rollläden halten nochmal sehr viel Wärme in der Wohnung tatsächlich, weil ja dann auch zwischen dem Rollladen und dem Fenster ja dann auch nochmal wie so eine Art Luftpolster ist, wie es ja auch bei doppeltverglasten oder dreifachverglasten Fenstern ja auch ist. Da ist ja auch zwischen diesen einzelnen Glasscheiben ja dann auch nochmal so ein Luftpolster. Und genauso ist es auch beim Rollladen. Ich würde es dann, um den maximalen Wärmeverlust oder nein, die maximale Wärmeeinsparung zu gewährleisten, ich hoffe ihr versteht, was ich meine, den Rollladen tatsächlich ganz runter machen. Also gar nicht erst die Schlitze lassen oder so, sondern wirklich komplett runter machen. Vor allem jetzt im Winter kann man das schon recht früh machen, wenn es sowieso schon um sechs dunkel wird. Bevor die Nachbarn reingucken, macht man eventuell den Rollladen eh schon runter und hat dann auch direkt noch einen netten Nebeneffekt, dass die Wärme eher in der Wohnung bleibt. Dann ein zusätzlicher Ehrtipp für die Wohnung. Beim Fernsehen Licht abdrehen. Es gibt ja, zumindest habe ich das früher immer als Kind zu hören bekommen, das gibt schlechte Augen oder das verdirbt die Augen, wenn man bei schlechtem Licht liest, wenn man bei schlechtem Licht irgendwie Fernsehen guckt. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, ob da was dran ist. Ich habe meine Brille erst sehr, sehr, sehr spät bekommen. Also in meiner Kindheit kann es eigentlich nicht, oder an meiner Kindheit kann es eigentlich nicht gelegen haben. Ich weiß nicht, ob ihr da noch zusätzliche Infos zu habt. Auch hier dann einmal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bin ich auch eher der, wenn ich mal Fernsehen gucke, dann eher lieber bei gedimmtem Licht. Ja, von daher da habe ich dann auch keine, ich sage jetzt mal Festtagsbeleuchtung, um dann irgendwie Netflix und Co. zu gucken. Ein weiterer Tipp, der erstmal Geld kostet statt Geld spart. Geräte, die zu viel Energie verbrauchen, durch Energiesparende ersetzen. Es kommt darauf an, wie viel das Gerät frisst. Umso schneller habt ihr die Kosten natürlich wieder drin. Wenn ihr ein Ur-Ur-Uraltgerät an Gefriertruhr habt, wo eventuell auch noch Kälte verloren geht, dann habt ihr die ausgegebenen, ich weiß nicht, 2, 3, 400 Euro sehr schnell wieder drin. Wenn ihr so ein halbwegs verschwenderisches Gerät habt, umso länger dauert es natürlich, bis ihr die Kosten wieder drin habt. Und man muss ja auch dazu sagen, selbst diese 2, 3 oder 400 Euro für ein neues Gerät muss man ja auch erstmal haben. Ich würde jetzt, also meine persönliche Meinung, keine, weiß ich nicht, Finanzempfehlung oder sowas, also ich würde jetzt tatsächlich nicht unbedingt meinen Notgroschen dafür opfern, wenn das Gerät noch funktioniert, meine persönliche. Wenn ich sonst keinerlei Rücklagen habe, etc., dann würde ich mich darauf konzentrieren, Geld anzusparen und das dann zu kaufen. Aber ich würde jetzt nicht sofort losstürmen und irgendwie die Geräte austauschen, meinen kompletten Notgroschen auf den Kopf hauen und dann kommt, weiß ich nicht, irgendwas anderes dazwischen und dann habe ich keine finanziellen Rücklagen mehr. Also das würde ich tatsächlich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Wie gesagt, persönliche, persönliche Meinung. Aber grundsätzlich sollte man, je nachdem wie alte Geräte sind, da durchaus über eine Neuanschaffung auf jeden Fall nachdenken. Ein weiterer Tipp für die Waschmaschine ist, diese kälter laufen zu lassen und weniger Waschmittel zu verwenden. Da gab es noch den Zusatz mit die Tenside, schaffen das. Ich wasche schon seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, ich weiß es nicht, tatsächlich auf 40 Grad. Ausnahmen sind bei mir irgendwie Putzlappen oder Handtücher oder sowas und die lasse ich dann tatsächlich heiß laufen, damit ich sicher sein kann, dass da alles abgestorben ist, was absterben soll. Das ist die einzige Ausnahme, aber normale Kleidung wasche ich grundsätzlich schon bei 40 Grad. Ich weiß nicht, ob da 30 Grad auch ausreichen. Ich bin da jetzt nicht so der Experte, aber wie handhabt ihr das mit der Wäsche? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also dass das Waschmittel reduziert werden kann, das habe ich auch schon eigene Erfahrung. Ja, kann man reduzieren. Aber mit der Temperatur zumindest bei mancher Wäsche weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ja auch irgendwie so Kinderkleidung oder sowas oder diese wiederverwendbaren Windeln, die man mitwäscht oder so. Ich bin da komplett out of order. Ich habe da keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bei 20 Grad waschen, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Auch hier gilt, wenn ihr da mehr Infos habt oder so, dann sehr gerne unten in die Kommentare. Ein weiterer Tipp, den man jetzt durchaus als allgemein darlegen könnte, aber ich habe den unter Wohnungen gepackt, weil unter anderem Versicherungen, Stromanbieter und Telefonanbieter genannt wurden. Gut, jetzt kann man natürlich auch Handyvertrag sagen, aber die drei wurden genannt, dass man die Tarife vergleichen soll. Deswegen habe ich den unter Wohnungen gepackt. Bin ich grundsätzlich absolut dafür. Immer die Tarife, immer die Verträge vergleichen. Habe ich dieses Jahr auch nochmal gemacht. Werde ich nächstes Jahr vermutlich auch machen müssen, wenn meine Preisbindung bei dem Stromtarif ausläuft. Dann muss ich gucken, welcher Anbieter dann der günstigste ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr dann einmal bei manchen Anbietern, wenn ihr schon gekündigt habt und das Kündigungsende immer näher rückt, manchmal bekommt ihr dann ein gutes Angebot, dann bekommt ihr noch ein klein bisschen besseres Angebot und manchmal bekommt ihr dann noch ein bisschen besseres Angebot. Das heißt, manchmal lohnt es sich tatsächlich auch zu warten, weil die Unternehmen euch natürlich gerne behalten möchten und euch deswegen eventuell bessere Konditionen bieten. Da das Video bzw. die Tipps so viele gewesen sind und das Video ein bisschen den Rahmen sprengt, teile ich das Ganze in zwei Teile auf. Das heißt, das war jetzt erstmal der erste Teil und der zweite Teil kommt in ein paar Tagen online. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse, weil es sind schon sehr, sehr viele Tipps auf einmal. Und ja, vielleicht passt es dann besser, auch in euren Zeitplan, das Ganze euch anzuschauen, weil so 40 oder 50 Minuten Video ist ja schon extrem lang. Deswegen, das war auf jeden Fall der erste Teil. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren, interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich selbstverständlich. Trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Und